was ist doch was ist doch beim kinder erlaube was 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 habe ich gemacht habe nichts gemacht habe jetzt letzte letzte rezept italien und dann noch eine nachtisch mache was erlaube wie flasche leer was erlaube bandila was erlaube du ja quatsch beiseite wir machen heute das letzte deftige italienische rezept vielleicht machen wir noch mal aufrollen ich hab noch ein paar andere heute machen wir kann noch nie und dann machen wir nicht lange rum ich stehe die produkte vor was erlaube was erlaube bandila so und ja da nehmen wir schon los das ist richtig lecker das sind alles leckere rezepte machen das nur noch wenn ihr so ein bisschen die muse habt so und dann kochen ein bisschen italienisch und wenn ihr schon das aroma italienische in die küche und dann muss ich machen ein bisschen von allem und dann ist das richtig gut ich zeige dir das wird gut nein komm wir fangen doch ich erkläre das ich hole die kamera weiter stelle die produkte vor guck mal wie ein kommentar ist so komm ich hole die kamera her spaß bei seiten wir wollen ja was gutes essen so wir brauchen kanaloni 500 gramm das sind ungefähr das sind immer so ein paar stück dabei wo kaputt gehen auch so und so weiter das heißt ungefähr so gast so halbe gastrobehälter der rest ist doch reserve die mache ich nicht drauf die sind nur beim füllen wenn sie kaputt gehen dann brauchen wir fürs hackfleisch drei eier salz pfeffer muskartnuss fertig rezept wie immer und ein video genaue mengeangaben so und dann brauchen wir säschen dazu crème fraîche mozarella italienischer hartkäse bergkäse und dann brauchen wir noch so sechs kleine rote zwirbelchen olivenöl und ein bisserle ein bisserle äh knoberlauch und eine ähm müssen machen eine ähm paprika und dann müssen wir noch eine bunte äh eine bunte äh eine bunte petersel ja und dann müssen wir da noch machen ein bisserle äh ja muss machen muss machen muss machen muss machen ein bisserle schnittlauch ein deutscher schnittlauch deutscher schnittlauch in italienisch essen nicht gut aber geht 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 ne komm da fangen wir und dann gehen wir und dann gehen wir jetzt in die küsch was ich vergessen habe hier dabei zu machen ist äh noch ein esslöffel zwiebelpulver kommt hier noch rein ins hackfleisch und dann steigen wir noch alles leer und dann gehen wir in die küsch ne dann gehen wir in die küsch ne bis gleich avanti avanti petersel kommt natürlich nicht in die sauce sondern ins hack aber wie gesagt unter dem video aber schön das rezept noch video müsst ihr euch angucken das sind ja der eine oder andere trick und wie was in welcher reinfolge muss ich machen ein bisserle ein bisserle avanti ein bisserle avanti muss ich machen so ah ja da haben wir das hackfleisch schon soweit vorbereitet gleich jetzt schneiden wir noch Schnittlauchfle das ist jetzt schon mal so weg so ganz so schön muss ich gleich ein bisserle ein bisserle klein schneiden so so ist das hier ja gut muss ich machen auch sehr schön so mit avanti mit avanti prego prego für unsere leckere soße jetzt mache paprika jetzt mache paprika jetzt machen wir auch zum Schnittlauch Speck für die sauce ich warte bis ich mal abschneiden ich warte bis ich mal abschneiden und dann machen wir eine kleine wirfelscheine es wird schön angebraten es gibt Aroma so letztes Rezept es gibt ein wunderschönes wunderschöner Nachtisch und ihr müsst holt Speck am Stück das ist ein ganz anderes Aroma ihr leut jetzt machen wir die Zwiebeln Zwiebeln machen wir Zwiebeln Knoblauch machen wir auch dabei weil das gar nicht so dunkel angebraten wird und deswegen können wir Knoblauch dabei machen weil das nicht so gefährlich ist so Prego Felissimo Käse müsst ihr reiben das ist wie bei allem die äh am Stück schmeckt einfach am besten hat Aroma ohne Ende so fertig dann müsst ihr hier ein bisschen mischen ach das riecht schon ihr leut brutal das ist Italien genau so ist Italien genau so herrlich so haben wir noch irgendwas jetzt kommt es wir machen hier das Hackfleisch rein so und je nachdem 2 bis 3 Eier kommt ihr vor auf die Konsistenz ne ich mache jetzt erstmal 2 rein und teste das so dann kommen die Gewürzer rein Esslöffel Zwiebelpulver Esslöffel Muskatnuss Esslöffel Schwarzen Pfeffer und 2 Esslöffel Salz bei 2 Kilo Hack ne so dann gucken wir mal Peterle Epp und Peterle dabei dann gucken wir mal wie die Konsistenz ist ne ja ja ich muss noch ein Bild machen ich muss noch ein Bild machen und ihr müsst ah jetzt hab ich ja schon wieder wegen Bild die Hände versaut so jetzt mal so ihr müsst dann im Stroh auch ein bisschen Olivenöl mitmachen so und das klebt das auch nicht zur Ordnung so und dann tut ihr das Fülle mit Hagi das geht richtig gut zack zack das Ding voll die Mafia Pistol so steh mal dazu ja ja dann mach den drauf zack zack und die da drauf und nach ja ich muss jetzt einfach mal hat auch schon schnell rum gemacht das ist immer ein bisschen blöder so jetzt guck nochmal kommt schon raus Hallner da unten gleich ein bisschen die Finger drauf dann könnt ihr die gucken guck zack guck zack guck zack sind die gefüllt ne guck zack guck zack wenn ich also mal guck wie die in Youtube sich da abquälen oder die Hausfrau sich abquälen das ist Quatsch ne so es geht guck zack ja das sind so die Kochtipps von mir ne macht nix kann ruhig ein bisschen kaputt gehen ist auch nicht schlimm machen wir von der anderen Seite noch ein bisschen rein so er passt genau hin der schnappel he 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 der band hier da ne ja zu die gehen wir in die Küche huck zack im Affiabistool ist das Ding gefüllt ne Nochmal ganz kurz, das hier muss ich gerade nochmal um bitten, weil ihr müsst die Auflage, wo die Cannelloni reinkommen, müsst ihr mit Olivenöl inölen, das könnt ihr euch schnell kleben. So, dann können wir jetzt schon hingehen, vorne heiß gemacht, Olivenöl, Knoblauch, Pädeli, Quatsch, Pädeli und Speck kommt auch schon noch hin. Das riecht schon gut, das langt mit dem Anschwitzen, mehr nicht, ihr dürft es nicht braun werden lassen. So, dann machen wir unsere Paprika, Knoblauch, Mozzarella. Ah, das ist Italien, das ist Italien. So, da kommt schon unser Crème Brèche drin. Kurz den Deckel drauf, das ziehen lassen. So, dann machen wir nur minimal, minimal ein bisschen Salz, gar nicht so viel. Langt, der Speck hat genug. Auf jeden Fall brauchen wir aber schwarzen Pfeffer. Bellissimo! So, noch ein bisschen schwarzen Pfeffer. Da müsst ihr eigentlich dran machen. Das gibt Aroma. Jetzt gehen wir schon hin und gießen das da drüber. Ich habe jetzt den Ofen auf 180 Grad vorgeheizt und jetzt machen wir hier unser Kästof. 180 Grad, so 45 Minuten ungefähr. 45 Minuten. So, eine Stunde, weil wir wollen es ein bisschen knuspriger haben. Herrlich. So, Cannelloni. Letzte. Letztes Video. Außer. Außer, das letzte Video ist eigentlich Nachtisch, aber jetzt. Letzte Video, was deftisches Essen betrifft. Gucken wir mal. Mal geht's. Kannelloni. Hallisch. 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 Es ist sicherlich. machen die mit der italienische essen und nachmachen wollt macht es so wie ich es jetzt hier präsentiert habe die vier gerichte und das fünfte ist ein nachtisch göttlich danach hat zwei varianten einmal auch für kleine und einmal für die erwachsen und der misst auch das knusprig deswegen tun wir das noch 45 minuten ist es durchgegart die nudel aber immer so 45 minuten und dann mache ich noch mal so eine viertel stunde darauf dass der käs knusprig wird herrlich ich muss jetzt genießen und ich halte jetzt direkt ab bis der misst bleiben gesund so Untertitelung des ZDF, 2020